Hallo liebe Camper! Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei MIGA Caravan in Dingesbühl. Heute habe ich ein etwas kürzeres Video. Ich möchte auch gar nicht viel in die Technik gehen und so weiter. Wie ihr wisst, wir hatten ja jetzt zwischen den Tagen von Weihnachten bis jetzt am 31. eine kleine Weihnachtscamper-Tour. Und ich muss wirklich sagen, die ist mega, mega mäßig gelungen. Also war top und ganz, ganz lieben Dank an alle, die dabei waren. Und ich möchte euch einfach so ein paar Impressionen zusenden und euch mal zeigen, wie es war. Vielleicht wäre es ja auch für euch wieder was fürs nächste Jahr. Vielleicht habt ihr Lust, da nächstes Jahr mitzumachen oder wie auch immer. Muss man mal gucken. Also ich denke auf alle Fälle, dass es wiederholungsbedürftig ist, weil es war mega schön. Ich muss mir jetzt erst einmal ein bisschen ausruhen, weil der Glühwein hat so gut geschmeckt. Aber es war echt viel Glühwein. Aber es war echt wunderschön. Vielen Dank an alle nochmal. Vor allen Dingen auch an Camper Tobi, der natürlich auch mit dabei war auf der Tour. Also es war mega schön. Super tolle Stellplätze. Auch ganz lieben Dank an alle Stellplatzbetreiber, wo wir waren. In Speyer und in Oerringen, in Knaus, Potz, Ding. Echt alles top. War wunder, wunderschön. Und ganz tolle Stellplätze, ganz tolle Momente gehabt. Und dafür ganz lieben Dank. So, euch liebe Camper wünsche ich aber heute einen ganz ganz herzlichen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr seht, hier ist schon alles dunkel. Hier haben wir schon alles ziemlich duster gemacht. Wir haben zu und werden jetzt heute mit Tobi ins neue Jahr feiern. Und euch wünschen wir natürlich auch einen ganz ganz guten Rutsch. Kommt gut rein in das neue Jahr. Nehmt euch nicht so viel Vorsätze vor, weil das geht meistens schief. Einfach tun ist besser. Wir haben nächstes Jahr ganz viel vor. Da nehmen wir euch natürlich auf alle Fälle wieder mit. Es wird ganz viel auf dem Kanal passieren. Es wird ganz viel in unserer Werkstatt passieren. Da haben wir unheimlich gut zu tun und ganz viel Neues, neue Mitarbeiter, neue Autos, neue Halle und und und. Aber mehr verrate ich da noch nicht. Und merkt euch schon mal den 26. Mai unser Campertreff vor. Auch da merkt euch dieses Datum. 26 bis 29. Mai haben wir Campertreff über den Brückentag. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mit ganz vielen tollen Überraschungen und ganz vielen Aktionen. Da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Und ja, jetzt möchte ich eigentlich aufhören mit Danke, Danke, Danke. Nur einen Kommentar noch an unseren ganz lieben Zuschauer Lutz. Ich war beim Orthopäden. Mein Hüftschaden ist repariert. Also du siehst, ich kann auch relativ gut gerade stehen. Und alles wieder in bester Ordnung. Vielen Dank aber für den Hinweis. So, jetzt wünsche ich euch wirklich zum letzten Mal guten Rutsch. Kommt gut rein ins neue Jahr. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und jetzt folgen mal ein paar Impressionen von dem schönen Weihnachtstour-Treff. Und bleibt's alle gesund. Daumen hoch. Ich freue mich auf euch auf nächstes Jahr. Und alles Gute, liebe Grüße aus Dinges Spül. Macht's es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Musik Musst du deinen Helm aufsetzen hier? Kommt vor wie ein Malibu hier Jetzt kann ich es nicht mehr senden Achso Oh Gott sei Dank Ist mir schlecht Schieben Sie die Tür auf Oh mein Gott Lassen Sie die Kampse Luft Habt ihr uns gehört? Gehört Musik 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 Tu es nicht Tu es nicht Ja wie ist es denn du? Frau Mika Für dich ist es nicht die Kinder Schokolade Nein Aber locken können wir dich Ja Schau 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 Zeitraffer laufen lassen So wen haben wir denn da? Schau was Spannendes Schau was Spannendes Für Mädchen Guck mal Hast du toll gemacht Ist sogar rosa für Mädchen Ja Danke Aber langsam essen Ach furchtig gell Erst nach dem Mittagessen Hab ich schon Tschüssi Ok dann pass Oh mein Gott Oh mein Gott Schau Untertitelung. BR 2018 Herzlich willkommen bei Knaus Camping in Koblenz. Und guck mal, das ist doch echt aufmerksam. Ein Hundeset. Der Aufkleber gehört aber nicht auf den Hund, oder? Nein. Aber die Leckerlis. Und die Katja. Hallo. Und die Leckerlis. Mhh. Das ist aber echt gut. Dass das Bräuchchen immer aufgeräumt hat. Das ist eine nette Aufmerksamkeit. Ja. All inky. Genau. Bam. Hier in Koblenz. Bam. Ja. Bam. Und da drüben gibt es das deutsche Eck. Das zeigen wir euch nachher wieder. Okay. So. Jetzt sahen Sie eine Episode aus dem Kapitel Hermika und die Enten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020